So, einen wunderschönen guten Morgen hier am Kaffeepartnerstand auf der Intergastra in Stuttgart. Kaffee ist Emotion und der Kaffee muss mit Liebe gemacht werden, um den Gast glücklich zu machen. Der Kunde ist zufrieden mit der tollen Kaffeequalität und wir sind sehr zufrieden, weil wir zufriedene Kunden haben. Also ich bin ein Mensch, der es lieber ohne Kohlensäure hat. Du bist mehr der Medium-Typ. Ich habe ja zu Hause auch euer Gerät und warum soll ich nochmal irgendwie in den Supermarkt gehen und eine Kiste schleppen? Ich habe es eh mit dem Rücken, mit bald 50, ja, weil ich keine Wasserkisten mehr schleppen kann. Also einfacher wie aus der Leitung geht es ja nicht.